In unserem heutigen Video erklären wir, wie Sie Kartoffelsuppe einfrieren und so länger haltbar machen können. Da es verschiedene Kartoffelsuppen gibt, zum Beispiel mit Würstchen oder aber auch die Zubereitung mit Sahne oder Milch, empfehlen wir, die Milchprodukte erst nach dem Auftauen hinzuzugeben. Wenn die gekochte Suppe vollkommen ausgekühlt ist, können Sie sie gleich portioniert in verschiedene Tupperdosen geben. Am besten ist es natürlich, wenn diese gleich für die Mikrowelle geeignet sind. Vollkommen pürierte Suppen halten sich etwas länger als stückige Suppen. Beschriften Sie nun Ihre Behältnisse mit einem Etikett oder einem wasserfesten Stift mit Inhalt sowie Einfriedatum. Lassen Sie die Suppe für einige Stunden bei Raumtemperatur auftauen. Gießen Sie dann das sich angesammelte Wasser an der Oberfläche ab und geben Sie die noch gefrorene Suppe in einen Kochtopf zum Erhitzen. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Weitere Videos und Informationen finden Sie auf der Website. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Wir sehen uns auf der Videobeschreibung.